Drei Fakten über das antike Griechenland, bei denen man sich einfach nur denkt, alles klar, ihr wollt jemanden eure Liebe gestehen? Damals hättet ihr der Person einfach einen Apfel hinterher geworfen. Und jetzt stelle ich mir einfach vor, wie dieses Ich-Lieb-Dich-Mehr zu so einem Apfel-Wurf-Krieg ausartet. Monobrauen sind heutzutage ja eher unschön, bei den Griechen war sie allerdings ein Symbol für Intelligenz und Schönheit. Dementsprechend schminken sich auch viele Frauen extra eine. Ganz ehrlich, Hauptsache ihr fühlt euch wohl, okay? Mein Kink ist es nicht. Ein roter Teppich steht für uns heutzutage ja dafür, dass ein Promi seinen Auftritt hatte. Diese Kultur geht auf das Stück Agamemnon zurück, in dem ein purpurroter Weg als Zeichen des Siegels erwähnt wird. Und jetzt ist meine Frage, wo ist mein roter Teppich? Alles klar? Alles klar!